Das Passwort im Webdesign ist derzeit RWD, Responsive Webdesign. In der Wikipedia finden wir dazu diese Darstellung. Sie zeigt, was ein responsives oder auch reaktionsfähiges Design bewirkt. Der Webdesigner skaliert seine Breitansicht der Website nicht herunter auf die diversen mobilen Endgeräte, sondern macht sich Gedanken, wie bei gleicher Auflösung bei reduzierter Displaygröße dennoch fokussiert sinnvolle Information sofort zu erkennen ist. Wenn wir uns das an einem Beispiel anschauen, dazu habe ich die Quelle aufgetan, wer hat es erfunden? RWD, Responsive Design. Nun, es war Ethan McCott und das ist auch schon wieder dreieinhalb Jahre her. Und empfehlenswert ist der Artikel allemal, A List Apart, die ganze Reihe ist empfehlenswert. Hier sind all seine Überlegungen zum responsiven Design im Detail erläutert. Insbesondere geht er auch auf die Technik ein, auf die CSS3 Media Queries, um halt die Endgeräte mit den passenden Designs, also CSS-Regeln zu versorgen. Sie sehen, das ist CSS3. Media Screen gab es auch schon vorher. Allerdings die Abfrage der Breite des Endgerätes, 480 Pixel, und seiner Auflösung, eventuell sogar seiner Orientierung, Landscape oder Portrait, sind erst in CSS3 möglich. Also, merken wir uns an der Stelle, Ethan McCott hat es erfunden und ordentlich dargestellt. Und es gibt eine Site im Netz, die dieses Prinzip des Responsive Web Designs aufgreift an populären Websites. Media Queries, also die Technik hier im Vordergrund. Und Sie sehen hier, wenn Sie da draufklicken, kommen Sie auf die Sites. Das ist ein sehr schlechtes Beispiel. Sie sehen hier eigentlich eine Skalierung, wie ich das bei eStudy gezeigt habe. Das sind die besseren Beispiele. Dieses Format wäre dann Smartphone im Portrait View. Das wäre Tablet im Portrait View, Tablet Landscape View und Widescreen Desktop Browser in einem Seitenverhältnis 16 zu 9. Und was Sie bei all diesen Beispielen sehen, ist, dass der Real Estate der Fläche für die Informationsarchitektur ausschlaggebend ist. Sie sehen also hier in dieser mehr spaltenförmigen Orientierung eines Smartphones sind die Bilder nicht übertragen worden. Und je breiter die Screen-Fläche wird, desto mehr Inhalt können Sie auch platzieren und andere Design-Elemente dazu. Auch die Text-Skalierung kann eine andere sein. Schauen wir uns das im Beispiel an. Dazu habe ich die Seite von Simon Collison genommen und mich auch dort ein bisschen eingelesen. Diese Website ist sehr empfehlenswert für jemanden, der sich mit Design-Fragen auseinandersetzen will. Für uns hier ist das nicht die Entscheidung, ob diese Seite schön oder noch schöner aussieht, sondern was es konkret heißt, wenn eine Site kompatibel zum Display eines Endgerätes ist. Das lässt sich einfach überprüfen. Fassen Sie Ihr Browser-Fenster an einer Seite an und spielen Sie mal Smartphone, Tablet und dergleichen mehr. Also bis hier werden die Media-Queries so eingebaut sein, dass es sich hier um ein Desktop-Widescreen-Browser handelt. Dort bricht es anders ab. Noch zwei Bilder in der Spalte. Und wenn Sie bis auf Smartphone-Größe gehen, dann sehen Sie, dass auch das Bild sich vergrößert, eventuell die Texte und dergleichen mehr. Eine wunderbare Seite von Herrn Colley, wie er sich selbst nennt. Und wenn wir noch einmal auf die Iversity-Plattform gehen, so sehen wir dort den gleichen Effekt. Wenn ich hier verkleinere, sehen Sie, dass die Iversity-Side absolut responsiv ist. Und sogar mit den Bildern in dieser Design-Strategie sehr gut umzugehen vermag. Chapeau für dieses Design-Feature.